Willkommen bei Audiocuts Live Teams, einer vollständig verwalteten Microsoft Teams Sprachlösung, die die Produktivität am Arbeitsplatz steigert, ohne die stark ausgelasteten IT-Organisationen zusätzlich zu belasten. Erhältlich über Ihren bevorzugten Office 365 Partner oder Kommunikationsintegrator ist der Einstieg in Audiocuts Live Teams schnell und einfach. Beginnen wir mit einer kurzen Tour durch Microsoft Teams. Microsoft Teams ist eine Plattform für Teamarbeit, die alles zusammenbringt, was ein Team braucht. Chats, Meetings, Anrufe, Dateien und Tools. Teammitglieder entscheiden, wie sie kommunizieren möchten. Sie können private One-on-One-Chats, Gruppenchats oder Teamgespräche führen. Microsoft Teams bietet auch eine zuverlässige, cloudbasierte Telefonie-Lösung, die es Ihnen ermöglicht, mit jedem innerhalb oder außerhalb des Unternehmens in Verbindung zu treten. So können Sie Kosten sparen und die Abhängigkeit von Hardware reduzieren. Teams bietet umfassende Besprechungsoptionen mit Content-Sharing, Video- und Audiokonferenzen, an denen Sie von überall aus teilnehmen können. Sie können Teams für alle Arten von Meetings mit internen und externen Nutzern verwenden, egal ob Meetings ad hoc angesetzt oder vorab terminiert werden. Microsoft Teams ist der Knotenpunkt, der alle Office 365 Dienste und Dokumente in einem einzigen Arbeitsbereich zusammenführt. Teams erhöht Ihre Produktivität und erspart Ihnen lästiges Klicken und Suchen. Verschiedene Gruppen haben unterschiedliche Bedürfnisse und Microsoft Teams macht es einfach, den Arbeitsbereich mit Anwendungen, Prozessen und Geräten von Drittanbietern anzupassen und zu erweitern. Microsoft Teams bringt erhebliche Produktivitätsvorteile für Unternehmen jeder Größe. Jedoch erfordert die Einführung von Teams in Ihrem Unternehmen IT-Know-how. Die richtige Planung ist entscheidend. Ist Ihr IP-Netzwerk bereit für den Echtzeit-Kommunikationsverkehr? Die Integration von Teams in Ihre bestehende Kommunikationsinfrastruktur erfordert Spezialwissen. Lebenszyklusmanagement erfordert Aufmerksamkeit, Zeit und Budget. Audiocodes Live Teams kümmert sich um all dies und bringt Sie auf die Überholspur für eine verbesserte Produktivität mit vorhersehbaren und einfachen Preisen pro Nutzer pro Monat. Also wie kriegen wir Microsoft Teams bei Ihnen zum Laufen? Zunächst untersuchen wir Ihre aktuelle Infrastruktur und führen die erforderlichen Readiness Assessments durch. Dann konfigurieren wir Ihren Teams-Client als Teil Ihres Microsoft Office 365 Lizenzabonnements. Wir integrieren in Ihre bestehende Telekom-Infrastruktur und schließen Verträge ab und installieren Session Border Controller je nach Bedarf. Entweder on-premise oder in der Cloud. Wir installieren und konfigurieren auch die Adapter, die für den Anschluss Ihrer vorhandenen Faxgeräte, Türklingeln und Telefone benötigt werden. Anschließend statten wir Ihre Besprechungsräume weiterhin mit Audio- und Videokonferenzgeräten aus, die zusammen mit Dolby entwickelt wurden, um Ihnen die bestmögliche Qualität und Benutzerfreundlichkeit zu bieten. Zusätzlich liefern wir Ihnen ein Portfolio von IP-Telefonen und Headsets, die sich für verschiedene Mitarbeiterrollen und verschiedene Arten von Büroräumen sowie für den Einsatz unterwegs oder im Homeoffice eignen. Die Preisgestaltung erfolgt pro Gerät und Monat, so dass Sie nach und nach bezahlen und Ihr IT-Budget unter Kontrolle behalten. Dank des globalen Audio-Code Service Centers, in dem unsere Experten die Teams-Infrastruktur ständig mit Hilfe einer Reihe von proprietären Tools überwachen, können Sie sich beruhigt zurücklehnen. Unsere Netzwerktechniker sind rund um die Uhr im Einsatz und wenn ein Fehler entdeckt wird, benachrichtigen wir Ihr IT-Team und wenden Korrekturmaßnahmen an. Wenn die Probleme auf Ihr zugrunde liegendes IP-Netzwerk zurückzuführen sind, helfen wir Ihnen bei der Triage. Ebenso überwachen wir die Gesprächsqualität von Ihnen zu Ihrem Kommunikationsanbieter, damit Sie jedes Problem schnell beheben können. Umzüge, Neuentstellungen und Veränderungen von Mitarbeitern sind ein grundlegender Aspekt des IT-Alltags. Mit Audio-Codes Live Teams ist es ein leichtes, mit solchen Änderungen Schritt zu halten, über ein intuitives Self-Service-Portal oder über das Audio-Code Support Center. Wollen Sie loslegen? Kontaktieren Sie Audio-Codes und vereinbaren Sie einen Termin mit einem unserer Consultants. Gemeinsam mit Ihrem Partner planen wir Ihr Netzwerk, entwickeln die richtige Integrationsstrategie und definieren den Handlungsrahmen. Audio-Codes Live Teams Eine vollständig verwaltete Microsoft Teams-Sprachlösung, die die Produktivität am Arbeitsplatz steigert, ohne die stark ausgelasteten IT-Organisationen zusätzlich zu belasten. Poszen Live Teams 획